Hallo meine Freunde der wohlgeformten Pilze und willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online mit dem Nasrael. Ja, und auch mit dem Drachenburschen, der meinen Bug gerade leider nicht sehen kann. Wie ich mein Schwert gewitzt in einer Hand halte. Es sieht echt herrlich aus. Mal sehen, ob das auch bleibt, wenn ich mich ein bisschen durch die Gegend bewege. Ich sehe es leider nicht. Es sieht aber bestimmt toll aus. Ich kann es mir immer wieder durch den Schädel jagen, weil es so lang ist. Das sollte ich mir bei dir mal anschauen. In der Zwischenzeit habe ich übrigens eine Ratte erschlagen. Das habt ihr jetzt verpasst. Egal, Ratte sich verkannt, wie auch immer. Wir, würde ich sagen, setzen mal unseren Weg fort hier in die Quarantänezone der Leitgeborenen. Ach ne, die Katakomben von Serg. Katakomben von Serg sind hier. Rein da. Ja, mal wieder Gräberschänden. Naja, aber so ein Artwork hatten wir noch nicht. Die Krypten und Katakomben unter dem Friedhof von Serg-Karmora wurden zum Hauptquartier des Quarantäne-Lagers. Hier entwickeln die Leitgeborenen angeblich ein Heilmittel für die Lodos, Seuche und weiter kann ich nicht lesen. Den Deschan wütet. Ah. Bei den Dreien, dieser Ort lässt mir das Marke frieren. Versuchen wir mal den Bruder zu finden, dann nichts wie weg hier. Hier gibt es schöne Feldbetten und dicke Bücher zu lesen und zu Jammerbeeren. Hm. Sollen wir mit den ganzen Leuten hier reden oder wann gibt es hier so viel? Ach, das ist das Heilmittel, was wir hier suchen können. Was? Von den Seiten? Jetzt lass mich doch mal als Heilmittel nehmen, du Spielverderber. Mann. Gemein. Soll ich mir einfach so als Heilmittel nehmen, dann hauen sie mich um. Ich schütze mich. Ich schütze mich dreist. Rang 10 bei mittlerer Rüstung erreicht. Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt was ausgerüstet habe mit mittlerer Rüstung. Ach, der Bug, dass ich nicht angreifen nehme. Er hat mich zu Boden gelegt. Ich dachte schon, das wäre wieder wie vorhin der Bug, der mich nicht angreifen lässt. Nee, 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 nee. Halblederwanne. Wams des Lebens. Oh, der ist... Oh, der ist zwar nur um eine Rüstung weniger, also wenn meine voll repariert wäre, aber er macht 46 maximales Leben und man momentan macht 25 maximales Leben. Das heißt, er wird ausgerüstet, auch wenn er nur mittlerer Rüstung ist. Naja. Ist mal was ab... bisschen abwechselnd muss die auch sein. Und er ist grün, das passt zu meiner Hautfarbe. Naja, die ist ja immer so semi-grün, ne? Ja, leider, ich hätte mein Auge eigentlich gerne so richtig schön grün gemacht. So, nicht so grell-grün, aber schon etwas heller grün, aber das geht in dem Spiel irgendwie nicht. In dem Spiel gibt es nur so grau-gräuliche Farben. Was ist jetzt? Ach, ich wurde wieder... Hm. Ich habe gerade den gleichen Schulterschutz gefunden wie du. Okay. Aber... Auf dem Bild sieht er schöner aus, gell? Ja, ja, ich weiß ja, wie er aussieht. Oh, hier haben wir was. Ich habe ja inzwischen fast alle Stile beisammen. Hier haben wir was zu den Heilmitteln gefunden. Ja, Heilmittel Charge 6. Charge. Nutzlos. Absolut nutzlos. Das Heilmittel wird nicht den hohen Anforderungen unserer Herren genügen, wenn es die Person, die es einnimmt, einfach umbringt. Wenn wir versuchen würden, ein neues Gift zu erschaffen, dann wären das durchschlagende Erfolge. Aber das ist nicht unser Ziel. Nehmt weniger getrocknetes Leichenblut und versucht es erneut und achtet auf die Temperatur in diesen Kesseln. Einer von ihnen war kurz vor dem Überlaufen und ich für meinen Teil bin nicht scharf darauf, darauf von kochendem Heilmittel bespritzt zu werden. Wunderheilerin Breva. Ja, Breva. Ja, Breva. Entdecke Beweise gegen die Leitgeborenen, eins von zwei. Ich finde es hier ein bisschen schwach vom Storyplot, dass die tatsächlich böse sind. Also, schlecht sind. Nein, Leitgeborene, böse. Wer hätte denn mit sowas gerechnet? Ich nicht. Das ist ja völlig überraschend. Das ist ein minzgrünes Hemd, sieht ein bisschen arg komisch aus. Was? Das sieht wunderschön aus. Das ist nicht minzgrün, das ist orgrün. Ja, ja, ja. Heilmittel Charge 15. Charge. Diese Charge des Heilmittels wäre um ein Haar perfekt gewesen. Leider war das Mittel einen Hauch zu wirksam. Die Erkrankten verwandelten sich weitaus schneller in gewalttätige Höhen, als wir an diesem Punkt des Vorgangs erhofft hatten. Vielleicht wird diese Mixtur uns später noch nützlich sein, wenn wir schnellen Nachschub an untoten Soldaten brauchen, aber fürs Erste können wir mit dieser Charge nichts anfangen. Eine interessante Nebenwirkung dieser Charge des Heilmittels ist die Aggressivität, die die neu erschaffenen Höhen zeigen. Sie werden auf der Stelle gewalttätig und betrachten alles, was sich bewegt als einen Feind oder als Nahrung. Diese Höhlen waren auch völlig unbeeindruckt von dem Höhlengeruch, den wir auftragen, wenn wir in ihrer Nähe arbeiten. Sie griffen unsere Arbeiter an, sobald sie sahen, was nahegelegt, dass der Geruch uns nicht vor den Höhlen schützt, die mit dieser Version des Heilmittels erschaffen wurden. Erhöhen wir also bei der nächsten Charge die Kochzeit um eine Stunde und senken wir die Menge an Wolfsgelle um ein Viertel, Wunderheilerin Brewer. Na so heilsam ist diese Wunderheilerin aber gar nicht. Wolfsgelle muss ja auch nicht so leicht zu bekommen sein, weil ich hier in dem Spiel eigentlich noch nicht so viele Wölfe gesehen habe, außer oben in Oedfels. Naja, naja, ähm, ich schon, aber... Ja, ich meine hier in dem Bereich des... Bewegung! Ach so, hier, genau. Ist betäubt worden. Nö, ich bin vor allem nicht eingefroren worden. Ja, die andere Dame hier aber auch. Schaut so ein bisschen komisch aus, weil es schon wieder verpackt ist, aber hey. Hier gibt es nochmal Heilmittel der Leitgeborenen. Drei von fünf haben wir da jetzt schon. Ich finde, die andere kniet sich einfach auf den Boden und kämpft gar nicht mit. So, ich könnte ja nicht mitkämpfen, weil ich schon wieder auch vereist wurde. Hm. Gemeine Geschichte. Haben ziemlich viel Schaden gemacht, die Kinder. Aber meine Rüstung ist doch ziemlich beschädigt. Ach, da waren wir schon. Echt? Gut, die sind auf Stufe 16. Das ist deutlich mehr als vorher. Vorher hatten wir immer gegen Stufe 12 oder so gekämpft. Nicht, dass die nicht auch stark sein können in der Masse. Wurde uns ja leider bewiesen. Allerdings in einem gesonderten Rahmen. Muss man nochmal dazu erwähnen. Stahlschulterschutz. Der ist neu, aber mein Moment war das noch besser. Das kommt in den Trödel. All das Schweres des Lebens kommt auch in den Trödel. Wir haben gerade das Heilmittel da geklaut. Hallo, du hast es viel mehr als ich. Das haben wir, glaube ich, gleichmäßig viele. Ich habe jetzt drei von fünf und du? Äh... Ja, auch. Siehste? Nee, ich habe vier von fünf, glaube ich. Echt? Sau. Dafür habe ich auch Rang 26 bei schwerer Rüstung erreicht zu eben. Na, dafür. Mensch. Ja. Kann ich mir nicht beschweren. Nein, 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 nein. Alle rennen hin zum Heilmittel. Was für eine Heilmittel? Ich sehe da kein Heilmittel. Ja, es wurde da gerade angezeigt. Ich habe es auch nicht. Das sieht ja witzig aus hier. Diese Tentakel im Schatten. Hier sind mal wieder ein paar... Da unten ist jede Menge Heilmittel. Nun kommt mal durch diese Scheiß-Tür nicht durch. Ist doch unglaublich. Okay, ich hatte doch noch drei von fünf. Da, ich hätte nochmal eine Abkürzung. Sollen wir mal mit dem Bruder reden? Oder ist der nicht mehr zu helfen? Ach, nee. Tja. Sind wir jetzt endlich los? Die Leitgeborenen haben uns angegriffen. Und die Befallenen verwandeln sich in solchen Hüllen. Ach, genau. Können wir auch nicht umbringen. Hier ist übrigens noch eine weitere... Charge oder Charge. Sie sind keine Heiler. Sie sind Monster. So. Wurde abgesch't. Ja. Gemein. Willst du die auch noch lesen, oder? Ja, warum nicht? Wenn wir schon mal dabei sind. Die Charge 19. Ah. Endlich. Perfektion. Die letzte Charge Heilmittel. Beginnt die Erkrankung. Führt die Seuche in angemessener Geschwindigkeit fort. Und verwandelt den Erkrankten dann in 70 von 100 Fällen in eine Seuchehülle. Jetzt haben wir eine überragende Variante der Seuche. Und eine effektive Möglichkeit, sie zu verbreiten. Natürlich kann es ein langsamer Prozess sein, die Heilmittel zu verteilen. Besonders in größeren Dörfern und Städten. Bevor wir unseren Einsatz in Gramfeste beginnen, brauchen wir eine schnelle Methode, die Seuche zu verbreiten. Aber das ist im Moment nicht meine Aufgabe. Außerdem bin ich mir sicher, dass Alchemist... ...mehr Dündril sich bereits um diese Sache kümmert, während ich diese Zeilen hier schreibe. Ich sollte auch erwähnen, dass ich den Hüllingeruch perfektioniert habe. Nun können wir uns wieder inmitten der Hüllen bewegen, ohne befürchten zu müssen, dass sie uns angreifen. Vielleicht bekomme ich sogar eine Seife hin, die den Geruch nach getaner Arbeit wieder entfernt. Wir werden sofort damit anfangen, größere Chargen des Heilmittels herzustellen. Binnen kürzester Zeit sollten wir in der Lage sein, jedem im Zerg und in der unmittelbaren Umgebung eine Dosis des Heilmittels verabreichen zu können. Keine Sorge, meine Herren. Alles wird genauso eintreten, wie ihr es vorausgesagt habt. Wunderheilerin Breva. Ja, also Breva scheint so die ganz Böse zu sein. Ne, das war ja gerade die, die das geschrieben hat, oder? Ja, 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 ja. Sie hätte gesagt, ihr Herr rennt, also scheint ganz oben eine Frau, eine Böse zu stehen. Ja, vielleicht eine Detra. Eine ganz gemeine Detra. Stimmt. Detisam Berindas, dir geht es offensichtlich prächtig. Lass mal hören. Die Lodersseuche. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß eindeutig, dass das Heilmittel der Leitgeborenen in Wahrheit die Quelle der Krankheit ist. Was sie auch planen, ihr müsst sie aufhalten. Ach was. Und du brauchst einen Heiler. Ey. Ja, echt. Wirklich. Na gut, Captain. Du brauchst einen Heiler. Das ist nicht wichtig. Bringt meine Schwester hier raus und haltet die Leitgeborenen auf. Vernichtet dieses angebliche Heilmittel und macht dieser verrückten Wunderheilerin Breva den Gar aus. Würde ich auch vorschlagen, dass wir das machen. Das ist ein guter Plan, den ich so hoch unterstützen kann. Ich glaube nicht, dass Errona euch von der Seite weichen wird. Dann stimmt sie um. Es ist zu spät für mich. Ich möchte mich nicht in eins dieser Dinger verwandeln und meiner Schwester wehtun. Außerdem ist sie eine Redoran. Sie hat eine Verantwortung für das Serg und seine Bewohner. Nein, 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 nein. Also ich für meinen Teil möchte sie nicht weiter mit mir rumschleppen. Nee, die kannst du behalten. Also noch bleibt Zeit, um euch zu helfen. Wir sind natürlich auch wieder gut. Genau. Ho, ho, ho. Also, tschüss. Ihr seid genauso dickköpfig und stur wie meine Schwester. Möge Vivek euch verdammen. Na gut. Tut, was getan werden muss. Aber falls das Undenkbare geschieht, erwarte ich von euch, dass ihr mich aufhaltet, bevor ich jemanden verletze. Jo, machen wir. Genau. Ja, und falls doch, kommen wir wieder. Tja, hoffen wir, dass der Moment sich noch ein bisschen auszögert. Meine Entscheidung ist endgültig. Zudem bist du krank und kannst nicht klar denken. Ich bringe dich hier heraus und unser Freund kümmert sich um die Leitgeborenen. Kommt da noch was? Wen von uns meinen sie jetzt? Sie hat nur von einem Freund gesprochen. Tja. Hm. Ich finde diese Dinger so super, diese wabbelnden. Die werden ja größer und kleiner, diese Tentakel. Echt klasse, dass ich die ausgedacht habe. So ein Schwert will ich mal haben. Der hat ziemlich, ziemlich, ziemlich krasser Albträume. So ein Schwert. Ja. So ein Schwert, wie der am Boden liegt, so ein grünes. Sieht doch ziemlich schick aus, oder? Ich schau mal, vielleicht kriegst du so eins. Würde ich gut finden. Ach, hier gibt's noch. Und dann sind wir hier fertig. Packt alles zusammen. Wir müssen uns mit den anderen Kadern der Leitgeborenen neu formieren und diese Seuche über ganz der Schad verbreiten. Eee, du stinkst. Jetzt stinken wir wenigstens mal richtig. Es geht um den Geruch. Oh, hier unten können wir auch richtig prügeln. Schau mal, wie viele hier sind. Ja, aber muss ja nicht sein. Naja, die sind Stufe 16. Ich glaube, wenn das so viele sind. Naja, und die haben auch allesamt... Dein Feueratem macht Schaden gegen mehrere Feinden, aber ansonsten... Ja, ich glaube, es könnte etwas unangenehm werden, wenn wir die wirklich bekämpfen müssten. Wenigstens wäscht das Wasser den Gauch anscheinend nicht ab. Naja, da hätten wir uns echt... Das wäre hart geworden. Naja, naja, naja... Naja, hier muss irgendwas um die Ecke sein. Betrete die solchen Produktionskammer für nicht die Forschungsunterlagen der Leitgeborenen. Zerstellt die solche Verräte. 0 von 3. Oh, du greifst mich gleich an. Du vollstrecker. Naja. Das war's mit vollstrecken. Odem erreicht, ja. Oh, ho, 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 ho. Noch lachst du. Oh, ich hab schon Brewer hier. Na toll. Oh, die heilt. Ja, gut so. Die heilt sich, halt die sich selber. Ne, halt sie nicht. Ne, ich schnau mir die Ereiterin. Alter, die hat sich einfach fast komplett wieder selber geheilt. Ich kann sich richtig krass selber heilen. Und nicht nur so ein bisschen, wenn ich auch mal... Alter, auf. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir zu zweit auf die Einheit haben, weil dann kann sie sich nicht rechtzeitig hören. Da war es auch sinnvoll, wenn wir erstmal die anderen umlegen. Ja, ich hab's hier gleich. Ich hab's hier. Ich hab auch fast kein Leben verloren, also. War nicht so das Problem. Hm, nur noch vier um die Einheit kümmern. Ich muss nochmal selbst umlegen. Echt? Also für mich hat sie nicht gezählt. Eigentlich ein Heilungsstab. Echt nicht? Nö. Ich wär ärgerlich. Solchen Vorräte? Ach, zerstören, ja. Eins von drei. Oh, ein Buch. Das Manifeste Leitgeborenen. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gelesen. Leitgeborene Forschung haben wir auch noch nicht gelesen. Das könnt ihr jetzt aber lesen. Wenn ihr das Video kurz auf Pause macht. Ach, hier ist noch ein Buch. Ja, das... Leitgeborene Forschung. Ach, so war das anzünden. Und die Lotus-Seuche können wir hier auch noch lesen. Wenn du willst. Ich schau mal kurz rein. Oh, das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Das könnt ihr lesen. Aber es ist auch nicht wirklich mehr als... ...als die anderen Texte. Und es gehört auch zur Questreihe dazu. Also das gönne ich mir nochmal. Denn es geht an Wunderheilerin Breva. Wir experimentieren weiterhin mit neuen Seuchenstämmen. Und unsere Arbeit in Cerca Morda hat sich als unschätzbar erwiesen. Die Magistra ist ziemlich erfreut. Das CERC ist ein gutes Testgebiet. Schwache und kranke Personen, die ankommen. Einige schon infiziert mit vorhergehenden Stämmen. Betteln um Heilung. Wir bitten sie sehr gerne herein. Und versprechen ihnen fälschlicherweise, ihre Krankheit zu heilen. Selbst die Häuser Redoran und Laluo sind überzeugt, dass wir hier sind, um zu helfen. Sie wollen es so sehr glauben. Die Seuche selbst ist sehr stark geworden. Leider ist die Überlebensdauer kürzer als gedacht. Wenn wir einen Warenausbruch verursachen wollen, einen, der eine ganze Stadt ausmerzen könnte, müssen wir die Magie weiterhin stärken und testen. Als nächsten Schritt werden wir die Stufe der Experimente anheben. Es gibt Gerüchte, dass einer aus unserem Kader schon die reinste Form der Krankheit hervorgebracht hat. Ich erwarte gespannt diese Lieferung. Eine größere Siedlung wird für das nächste Experiment ausreichen. Ich empfehle Nazis. Die Narren der Laluo werden nie etwas vermuten. Ich muss meine dortigen Kontakte informieren, damit sie sich vorbereiten können. Alchemist Merdindril. Ah. Ich bin übrigens der Ork, der in Flammen stand. Wenn du mich siehst. Ja, ich sehe dich. Und ich sehe auch den Khajiit, der dich nochmal ein bisschen anfeuert. Stimmung hier. Stimmung hier. Eindeutig. Gute Stimmung. Da fallen... Ach, sie ist wieder da. Ne. Ne. Wunderheiler. Hier wird nicht mehr Wunder geheilt. Aber die ist auch stark. Naja. Wo ist nicht. Also sie waren Boss. Ach, die Kriegsübers habe ich jetzt auch bekommen. Gegen falsche Götter. Fürchtet keine falschen Götter. Moment, ich will erstmal gucken, wie lange das ist. Nein, gut geht. Fürchtet keine falschen Götter. Denn ihre alleinige Gegenwart ist eine Lüge. Gestohlene Macht von unverdienten Artefakten. Sie werden von hirnlosem... Okay, ich werde aus der Wand heraus... Also aus der Tür heraus beschossen. Deswegen kann ich nicht weiterlesen. Aber ihr könnt es ja vielleicht lesen, wenn ihr wollt. Jo. Müssen wir gleich rein in die Tür? Ne, oder? Die Tür ist verschlossen. Deswegen geht das gar nicht. Aber wir müssen ja in die Tür rein, oder? Ne, auch nicht, oder? Ich wurde noch nie von der Tür beschossen. Finde ich unfair. Sehr gemein. Nach den Schaden kommen wir hier wieder. Hast du eigentlich irgendwas bekommen für Breva? Ich glaube nicht. Keine Auszeichnung, keine Questerfüllung oder sowas? Nein? Äh, doch, ich habe eine neue... Warte mal. Die Geheimform entspricht mit Nillian Lore. Hat die aber alle so einen blöden Namen. Ja, die habe ich aber auch. Können die nicht einfach Uruk heißen oder so? Oder Boris. Oder Boris. Oder Boris. Einfach so schöne Ork-Namen. Bittere Medizin. Spricht mit... Erona. Äh... Ne. Also da dran habe ich auf jeden Fall nichts mehr zu tun. Ich habe fertig hier. Ja, ich auch. Glaube ich. Wüsste eigentlich, ja. Und gehen wir dann... Hier als nächstes, oder? Das ist, glaube ich, das nächste... Die Ecke ist eigentlich... Hier ist Nillian Lore. Warte, bin da. So, reden wir mit ihr. Konntet ihr eine Probe vom Heilmittel der Leitgeborenen an euch bringen? Ich bin wirklich neugierig, woraus das Elixier besteht. Ja, haben wir an uns bringen können. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass dieses Elixier gar nicht wirklich heilt, sondern eher das Gegenteil macht. Ich habe die Einheimischen im Auge behalten, denen dieses Heilmittel verabreicht wurde und bin zum gleichen Schluss gelangt. Doch ich werde erst Gewissheit haben, sobald ich das Elixier analysiert habe. Nehmt das. Es ist zwar nicht viel, aber ich bin mir sicher, dass ihr dort drin auch nicht allzu viele Schwierigkeiten hattet. Es ist 2x42, also ist schon okay. Schließen wir die Quest ab. Danke für eure Hilfe. Entschuldigt mich, ich muss noch etwas alchemistischen Zauber vollbringen. Boah, wie aggressiv das gleich ist. Richtig gut. Richtig gut. So ist total unpassend. Danke für eure Hilfe. Blöd Männer. Blöd Orcs. Solchen Leuten hilft man noch gerne. Ja, echt? Wahnsinn. Und dann gibt es die 84 Gold raus. Hier ist ein Buch. Und ein Ultraleck hat sie auch noch für mich übrig. Das Jahr 2920. Die Band 2. Schien lang ist hier zu sein. Wo, wo, wo? Hier um die Ecke. Hier in so einem Jahr passiert natürlich viel. Ja, ja. Ihr könnt das auch alles natürlich lesen, wie immer. Und dann gehen wir auch gleich zur nächsten Quest, oder? Zur Erdona. Das Haus der Familie Verrobar. Weißt du, wie es ihrem Bruder geht? Erst ein Khajiit im Gesicht und dann dich im Gesicht. Tja. Im Sichtfeld. Das geht ihm offensichtlich blendend. Naja, er lebt immerhin noch und ist noch nicht so in der komischen Hülle geworden. Also, ja. Ich denke, das ist besser, als er es vielleicht selber erwartet hätte. Na gut, Erdona. Wie geht's deinem Bruder? Ich bin froh, dass ihr es auch aus der Quarantäne geschafft habt. Hat man sich um diese Halunken von Leitgeborenen gekümmert? Ja, ja. Also, die Leitgeborenen sind tot. Zumindest hier in Zerg. Wie geht es eurem Bruder? Nicht gut. Alchemistin Nilün glaubt wohl, sie wäre so etwas wie eine Heilerin. Und sie hat Detisam und die anderen Erkrankten versorgt. Hoffentlich entwickelt sie bald eine Behandlungsmethode für sie. Ja, das wäre gut. Kommt sie denn voran? Ein wenig. Zumindest wird sie zuversichtlich. Aber was verstehe ich schon von Tränken und Elixieren. Aber sagt mir, glaubt ihr, dass die Leitgeborenen eine Gefahr für den Rest des Schahns darstellen? Nein. Momentan sind sie sogar schon Stufe 16. Also, eine gewisse Gefahr steht sie auf jeden Fall da. Und so Heilmittel, was keins ist, ist auch nicht so toll. Also, ich finde, die sollte man schon irgendwie auffalten. Aber so sicher bin ich mir auch nicht. Aber es klang auf jeden Fall so, als würden ihre Pläne nicht nur das... ...Serg betreffen. Genau das denke ich auch. Aber vielleicht haben eure Bemühungen auch ausgereicht, um all dem ein Ende zu machen. Fürs Erste zumindest ist das Serg sicher. Nehmt dies zum Dank dafür, dass ihr uns geholfen habt. Gerne geschickt. Oh, 336 Gold. Das ist sogar ziemlich viel. Die Leitgeborenen sind erledigt. Aber ich könnte eure Hilfe noch brauchen, wenn es euch nichts ausmacht. Wobei brauchst du denn noch Hilfe? Also, ne? Was brauchst du? Es geht um meinen Bruder. Er ist immer noch krank. Und sein Zustand hat sich sogar noch weiter verschlechtert. Nilün entwickelt gerade eine Behandlungsmethode. Aber sie könnte eure Hilfe brauchen. Sie kann nicht in ihrem Alchemielabor arbeiten. Und gleichzeitig die Zutaten sammeln, die sie braucht. Äh, ich meine natürlich, was soll ich tun? Sprecht mit Nilün. Lasst sie wissen, dass ich euch gebeten habe, sie zu unterstützen. Sie ist manchmal etwas abgehoben. Aber sie wird euch schon sagen, was ihr für sie tun müsst. Ja, das ist uns auch schon aufgefallen, dass sie manchmal etwas eigen ist. Ja. Aber wirklich. Wie dem auch sei, wir werden natürlich sofort mit ihr sprechen. Augenblicklich. Bandit. Äh, nee, begonnen. Die Suche nach dem Heilmittel. Und praktischerweise steht sie gleich nebenan. Echt? Ja. Achso, das Haus ist gleich nebenan. Nein. Achso. Sie ist... Oh, es regnet. Es regnet. Egal, ich komme wieder rein. Aufzeichnung der Archimistin Nelien. Wo? Ach da. Da ist noch so ein kleiner Zettel dabei. Die hat aber ziemlich viel aufzuschreiben. Definiere kleiner Zettel. So richtig klein war der nicht. Oder zumindest waren es mehrere Zettel. Fischi, Fischi hängt hier noch an der Wand. Fischi, Fischi. Und noch ein paar Zwiebeln dazu. Reden wir doch mal mit ihr. Mal wieder. Ja, es ist natürlich schön, euch wiederzusehen. Aber ich stecke hier gerade mitten in einer Sache. Ja, so klingt Freude. Vielen Dank. Oh, es ist schön, euch wiederzusehen. Aber ich hasse euch. Ich habe eine kleine Macke. Wie das mit der Schizophrenie halt ist. Also, Erona meinte, ihr bräuchtet etwas Hilfe. Hat sie das? Ja. Nun, ich schätze, dem ist wohl so. Ach. Es gibt da ein paar Zutaten, die ich benötige. Aber ich kann ja nicht einfach weg, solange Detisam und der Rest der Einheimischen auf meine Fähigkeiten angewiesen sind. In der Alchemie kann selbst die kleinste Störung schon katastrophale Auswirkungen nach sich ziehen. Das ist doch doof. Also, welche Zutaten soll ich für euch holen? Ich brauche kühnes Herzheilkräuter, Sauermilchtee und Drachenschuppenpilze. Der Wirt hat üblicherweise Heilkräuter. Grell Flan liebte Sauermilchtee. Und Sorel Tedas war versessen auf exotische Pilze. An diesen Orten solltet ihr finden können, was ich brauche. Ja, der eine war schon wieder auf Pilzen. Ich will auch so ein Licht haben, was um mich herumkreist. So ein innerer Licht, das ist schon extrem cool. Dann scale ihr das. Das kannst du haben. Das kannst du Magiergilde. Oh. Dazu musst du nur... Wo ist es denn? Im Hand und drehen der Wirt der Dame, Yalu, abdecken. Die Magiergilde ist auch schon freischaltbar. Echt? Aber ich glaube, es gibt noch andere Fähigkeiten, die bestimmt mindestens genauso sinnvoll sind. Ich gucke mal kurz in meine Fähigkeiten. Ach, die ist nicht schlecht. Also du hast zwar 5% weniger maximale Magiker, aber dafür eine Chance auf 7% mehr kritische Zaubertreffer. Und da du fast nur Zauber verwendest, wäre das gar nicht schlecht. Ich könnte meine Fähigkeiten verbessern mal wieder. Ich habe auch noch einen Punkt übrig. Geschmolzene Waffen und Waffenschaden erhöhen. Ich mag mal Rüstung, aber es gibt so viele Sachen, aber es nützt einfach nicht, sich so viele aktive Fähigkeiten zu machen, weil man die eh nie benutzt. Naja, da kannst du nur für dich sprechen. Ja, ich mag das halt nicht, wenn ich so viele aktive Fähigkeiten habe. Also ich weiß nicht, es ist halt so, man muss immer zwischen diesen beiden Leisten hin und her switchen. Also die passiven sind schon extrem stark, das stimmt schon. Verringert die Kosten aller Fähigkeiten für zwei Waffen um 10%. Klingt doch ganz sinnvoll. Oh, Unruhe kann ich auch verbessern. Ihr verursacht mit 5 Fragen. Was kann ich denn da verbessern? Entweder Chance beim Treffen, dass das Ziel aus dem Gleichgewicht kommt, oder erhöht euer Angriffstempo. Eigentlich das Ziel ein bisschen zu verwirren ist eigentlich ganz gut, glaube ich. Wollen wir mal das mal. Jetzt haben wir immer noch einen. Wollen wir euch schwerer Rüstung vielleicht noch was verbessern können, da könnten wir höchstens. Das ist so eine aktive Fähigkeit. Seelenmagie. Eure Seele explodiert. Ne, das wollen wir eigentlich nicht. Wir sterben eh nicht. Oder erlaubt es euch einmal alle zwei Stunden euch selbst wieder zu überleben, ohne einen Seelenständer dafür zu verbrauchen. Aber alle zwei Stunden? Naja, du kannst es zumindest einmal machen und dann halt zwei Stunden Abklingzeit. Also der Punkt lohnt sich schon. Magierlicht. Ihr beschwert ein Licht, das verborgene und unsichtbare Feinde innerhalb von zwölf Metern aufdeckt. Das ist ganz nett. Das aktivierst du halt einmal und dann ist es an. Okay. Allianzkrieg kann man auch noch was machen. Gut, das ist bloß so Fähigkeiten, oder? Na, Allianzkrieg. Ja, das ist so. Das Interessante bei Allianzkrieg wäre zum Beispiel, ähm, unter Sturmangriff das hastige Manöver. Erhöht das Lauftempo nahe, verbindet er 20 Sekunden lang um 17 Prozent und macht diese Immun gegen Verlangsamung und Bewegungsunfähigkeit. Hm. Hm. Das ist nicht schlecht. Joa. Joa. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal von der Magier-Gilde. Ähm. Äh, dieses Magier-Licht. Weil ich will so ein Licht an mich herumfliegen haben. Das ist cool. Aber das müsste ich jetzt natürlich noch ausrüsten, sonst bringt mir das natürlich nichts. Was man hier auf die zweite Seite. Und schmeißen es da mal an die Fähigkeitenleiste rein auf die drei. Hier hat man nochmal gewechselt die Fähigkeiten. Achso. So. Ne, wie hat man die Fähigkeiten gewechselt? So war das, oder? Ja. Schauen wir mal auf die drei und dann sollten wir jetzt auch unser Magier-Licht bekommen. Ah, ja. Da ist es auch schon. Aber ich würde, wenn du jetzt wieder zurückwechselst, ist auch das Magier-Licht weg. Du musst es immer in der aktiven Fähigkeitenleiste drin haben. Ja, und die anderen Fähigkeiten bräuchte ich dann, glaube ich, doch etwas dringlicher im Zweifelsfall. Na gut, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Würde mich dringend, würde ich euch dringend empfehlen, anzuschauen den nächsten Part. Ganz dringend. Im nächsten Part passiert nämlich etwas total Geniales. Ja, wir werden nämlich da unter anderem Sauermilch-Tee. Wahnsinn! Sauermilch-Tee! Ja, das ist was Besonderes. Deswegen wünsche ich euch auch eine wunderbare Zeit und mögt die Drachenschuppen-Pilze mit euch sein. Servus. E- Vielen Dank.